Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf dem Kanal Multiplayer. Und ja, heute habe ich mal sogar zwei Mods für euch, denn die passen beide sehr gut zusammen und sind in Verbindung zueinander meiner Meinung nach auch wirklich sehr nützlich und cool. Und zwar ist das der More Enchance Mod und der Better Enchanting Mod. Und ja, da gibt es noch einen ähnlicheren Mod, einen ähnlichen Mod, was labere ich denn da? Und ja, der ist ähnlich wie der hier, allerdings finde ich den hier nochmal einen Ticken besser. Ähm, ja, der Better Enchanting Mod fügt diesen einen neuen Verzauberungstisch hinzu. Und wie ihr seht, sind die Bücherregale hier noch so in der alten Version angeordnet. Also nicht nur 15 Stück, sondern, ja, ich weiß nicht, wie viele es sind. Auf jeden Fall, das erhöht nochmal die maximale Verzauberungsstufe. So, ihr seht jetzt hier, maximale Verzauberungsstufe ist jetzt 74. Da habe ich nochmal zwei Stück weg und jetzt ist die nur noch 70. Also ihr seht, das macht einen Unterschied. Also ist das hier wieder so, nicht nur 15, sondern, wenn ihr richtig gut verzaubern wollt, mehr. Und ja, was ich hier zum Beispiel noch viel besser finde, ist, dass man hier jetzt die Rüstung, die man anhat, und die wird hier angezeigt, die kann man dann auch direkt von hier aus da reinlegen und verzaubern. Außerdem kann man hier wieder ins Vanilla gehen, in den Vanilla-Verzauberungsmodus. Allerdings wird hier das Spielerlevel auch noch angezeigt. Das finde ich zum Beispiel auch sehr nützlich. Hier sehen wir dann die Verzauberungskosten, wenn wir was verzaubern wollen. Und ja, machen wir das doch einfach mal. Wir legen hier ein Diamantschwert rein und können das jetzt hier beliebig verzaubern. Einfach hochziehen. Und dann einfach auf E drücken und dann ist das Ganze verzaubert. Außerdem kann man damit noch Sachen, die beschädigt sind. Hier seht ihr, Duopilidi, nur noch 26 von 32. Wenn die beschädigt sind, dann können wir die auch hiermit verzaubern, reparieren für Level. Allerdings geht das nur, wenn die schon verzaubert sind. Also ihr seht, wenn hier keine Verzauberung drauf ist, dann können wir die nicht reparieren. Allerdings können wir die erst hier verzaubern. Und dann sehen wir hier auch die Reparaturkosten. Kostet jetzt hier nur ein Level. Je mehr Verzauberungen drauf sind, desto teurer wird das. Allerdings ist das wirklich sehr billig. Und ja, dann können wir einfach reparieren. Und es ist wieder repariert. Das war es jetzt auch schon zum Better Enchanting Mod. Kommen wir jetzt zum More Enchance Mod. Und da sagt der Name ja eigentlich schon alles. Und zwar fügt er einfach nur noch... Was will denn der Typie da? Und zwar fügt er neue Verzauberungen hinzu. Und zwar wirklich coole. Fangen wir mal an mit Poison. Ähm, hier. Das kann man auf den Bogen drauf machen. Na, ich... Verzaubern muss man es natürlich auch, logischerweise. So, es ist hier Poison drauf. Und jetzt können wir hier einfach auf ein Schaf zielen. Und hier, ihr seht, es hat kurz den Vergiftungseffekt. Oder auch das Schaf hier. Halt alle Mobs kriegen den Vergiftungseffekt. Und zwar sind die Mobs dann für genau 5 Sekunden vergiftet. Bei Zombies funktioniert dies allerdings nicht. Ja, der verbrennt jetzt wegen Tag, aber er bekommt keine Vergiftung. Das ist außerdem auch so bei... Noch bei Spinnen und bei Skeletten so. Eine weitere Verzauberung ist Venom. Und die macht genau das gleiche wie auch Poison. Allerdings ist das für das Schwert und nicht für den Bogen. Und... Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Ich weiß nicht, wo dran das liegt. Eine weitere Verzauberung ist Poison Protection. Und zwar ist die für den Brustpanzer. Und ich gehe jetzt einfach mal in den Survival-Mode und vergifte mich. Und ihr seht, ich bekomme so gut wie keinen Schaden. Ich ziehe das erstmal aus. Ihr seht, ohne mein... Also es geht langsam runter. Mein Leben. Wenn ich das jetzt anziehe, dann geht das so gut wie fast gar nicht runter. Eine weitere Verzauberung ist Manding. Und die heilt andere Mobs. Also ihr seht jetzt hier diesen Eisen-Ghulem. Der hat nur noch 89 von 100 Lebenspunkten. Und wenn ich den jetzt damit schlage, seht ihr, er bekommt keinen Schaden, sondern es kommen so grüne Partikel. Und er hat schon 92 Lebenspunkte. 95, 99. Also ihr könnt damit andere Mobs heilen. Eine weitere Verzauberung, die es noch gibt, ist für eine Axt. Und zwar ist das Cleave. Und die ist auch echt cool, weil man dadurch die Axt als Waffe benutzen kann. Und zwar macht die allen Mobs, die bei euch im Umkreis stehen, Schaden. Also wenn ich jetzt hier ein Zombie-Pigment schlage, bekommen alle Zombie-Pigment Schaden. Und das ist echt für... Verdammt. Ist das nicht dein Ernst? Nein! So, hier bin ich nochmal. Ich hab's wieder gefunden. Und zwar, ja, wie ihr schon gesehen habt, macht die Axt allen Mobs in der Umgebung Schaden. Und das ist zum Beispiel sehr sinnvoll für irgendwelche Mob-Farmen. Und außerdem auch, wenn man zum Beispiel im Nether rumläuft. So, dann haben wir noch No-Ledge. Und das ist eine Verzauberung für einen Helm. Und ich ziehe das jetzt mal aus. Gehe in den Game Mode 0. Game Mode 0. Ja. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie viel XP da hinzukommen, wenn ich eine Flasche werfe. Und zwar, ja, es ist nicht viel. Und, ja, das habe ich natürlich super gemacht. Und, ähm, wenn ich aber jetzt diesen Diamanthelm anhabe, mit Mending drauf, dann sind wir jetzt durch eine Flasche direkt mal ein Level aufgestiegen. Also, mit, wenn ihr diese Verzauberung drauf habt, bekommt ihr einfach mal auf alles viel mehr, bekommt ihr einfach von einer XP-Kugel. Ich versuche, da liegt eine XP-Kugel und, na, das macht jetzt nicht so viel, aber man bekommt, wie ihr seht, dadurch viel mehr Level durch jeden einzelnen XP. Ähm, das nächste ist eine Verzauberung. Und zwar ist die wirklich sehr cool. Und das ist Berserking. Und wenn ihr wirklich nur noch wenig Leben habt, und merkt, oh nein, ich sterbe gleich, aber diese Verzauberung drauf habt, dann macht ihr, wenn ihr kaum noch Leben habt, ein Mega-Schaden. Und ich bin trotzdem gestorben. Naja, nein, nein, geht doch. Ja, auf jeden Fall, das ist, wenn ihr irgendwo in der Schlacht seid, noch, kann noch die letzte Rettung sein. Denn ihr macht damit wirklich mega viel mehr Damage. Als nächstes haben wir noch Agility. Und was das macht, ich spawn jetzt hier nochmal so ein, äh, Zombie-Pigment. Und ich schlage den jetzt. Und, ja, ich hab ehrlich gesagt nicht wirklich eine Ahnung, was das denn bringt. Ähm, ich hab irgendwie das Gefühl, der schlägt einen dadurch seltener. Und, ja, ich hab aber, tut mir echt leid, aber ich hab irgendwie keine Ahnung, was das macht. Es ist nämlich, in dem Wiki, da steht nur, dass da bessere Verzauberungen hinzugefügt werden, aber da steht nicht genau, welche es sind und was die machen. Deshalb konnte ich leider nicht rausfinden, was das macht. Zu guter Letzt haben wir noch eine neue Verzauberung für die Schuhe. Und zwar ist das Fleetfoot. Und was das macht, so, ich laufe jetzt einfach mal ganz normal. Jetzt ziehe ich die an. Und ihr seht, wir laufen ein bisschen schneller. Also es ist sozusagen eine kleine Verschnellerung. Ähm, also ist nicht viel, aber, ja doch, ist echt brauchbar, würde ich einfach mal so meinen. Joa, das war's jetzt von dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung von euch freuen. Und auch irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder so unten in die Kommentare rein. Außerdem könnt ihr mir auch noch neue, andere Mods, die ihr noch so kennt und ganz cool findet, da unten reinschreiben. Damit ich ein paar neue Mods habe, die ich so vorstellen kann. Denn mir gehen leider langsam die Mods aus. Also es gibt noch ein paar, die ich noch zum vorstellen habe. Aber wäre echt cool, wenn ihr mir da mal so ein paar in die Kommentare schreiben könntet. Und, ja, dann würde ich sagen, war's das von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020